Hi, ich heiße Reinen und will euch Atomic Skiwehr vorstellen. Heute unsere sehr vielseitig einsetzbarer Ritschlein. Bist du jedes Wochenende Berg Skifahren, gerade oder speziell, wenn das Vetter schlecht ist? Bei der Ritschlein handelt es sich um eine wasserdichte, sehr robuste Drei-Lagen-Shell-Außenjacke, sowie einen komfortablen, warmen Primerloft-Midlayer, die du entweder gemeinsam oder auch separat anziehen kannst. Wenn du bei unterschiedlichsten Bedingungen Skifahren gehst und dabei Skibekleidung möchtest, die dir aber stets komfortabel und warm ist, dann ist die Ritschlein die richtige für dich. Untertitelung im Auftrag des ZDF, 2020 Hallo, ich bin Rainer und möchte euch heute hier mit Gschiebekleidung fahren. Ich habe eine Cliffline Stolenfold Jacket. Es ist eine zwei-Piece-Jacket. Sie können zusammen oder separat sein.